Tipps zum Aufbau eines Grundofens und was ist bei der Tunnelversion zu beachten. Der Grundofen ist ein idealer Wärmeerzeuger und dies auch und besonders im Niedrigenergiehaus. Brunner liefert zertifizierte Grundofenbausätze mit Eckscheibe, Frontscheibe oder als Tunnelversion. Hier Tipps zu einem systematischen Aufbau des Standardgeräts und anschließend einer Tunnelausführung. Zu Beginn zeigen wir den Aufbau eines Standardgrundofens mit Modul-Speichersteinen von Brunner. Mit im Lieferumfang sind der Brunner Feuerraummörtel FM1300 für den Feuerraum und der Brunner Universalmörtel für die Außenscharmutte. Eine Kartusche Hochtemperaturdichtmasse und eine Rolle Faserstreifen. Als erstes muss der Tragrahmen montiert und am endgültigen Ort aufgestellt werden. Dann werden die Basissteine unten mit Brunner Feuerraummörtel FM1300 befestigt. Zwischen Frontrahmen aus Metall und den Keilsteinen muss wegen der thermischen Trennung ein Faserstreifen eingebracht werden. Ein Tipp, der Holzkeil hält zwischenzeitlich den Keilstein an der richtigen Position. Auch unter die oberen Frontsteine muss ein Faserstreifen eingelegt werden. Kurzzeitig die Steine mit einer Schraubzwinge sichern, um dann diese Halterung anschrauben zu können. Nach den Frontkeilsteinen sollten die Winkelbleche eingepasst werden und es kann entweder mit den Innen- und Rückwandsteinen oder den Außenplatten begonnen werden. Auch das umgekehrte Verfahren funktioniert. Als Abstandhalter zwischen Außenplatten und Feuerraumsteinen dienen praktischerweise Kartonabschnitte, die eh auf jeder Baustelle vorhanden sind. Für die Befestigung der Feuerraumsteine den Feuerraummörtel 1300 einsetzen. Wir empfehlen nachdrücklich zwischen Außenwandsteinen und Feuerraumsteinen einen Spalt zu schaffen, so dass möglichen Spannungsrissen wegen unterschiedlicher Hitzebelastung vorgebeugt wird. Weil jetzt noch gut im Feuerraum zu arbeiten ist, sollten die Bodensteine mit Brunner Feuerraummörtel FM 1300 eingebunden und verfugt werden und dann der Keilstein lose eingelegt werden. Über der Umlenkplatte wird die ISO-Haube gestülpt. Je nach Anordnung der keramischen Nachheizfläche werden die restlichen Steine und Platten gesetzt. Dort, wo der Frontstein auf dem Metall aufliegen wird, wieder ein kleines Stück vom Faserstreifen liegen. In der Regel kann die keramische Nachheizfläche, die in unserem Beispiel aus den Brunner Modulspeichersteinen besteht, über vier Ausgänge erreicht werden. Hier die Bauteile für den Zugang Rückseite. Alternativ dazu die passende Außenwandplatte. Und hier der Zugang oben. Die Anschlusssteine dienen praktischerweise auch als Schablone, um an der ISO-Haube den Ausschnitt für die Heizgase zur keramischen Nachheizfläche sauber durchführen zu können. Fürs Ausschneiden entweder ein Messer oder feines Sägeblatt verwenden. Wichtig, die dabei entstehenden Hohlräume, unser Bild zeigt ist, müssen mit Hochtemperaturdichtungsmasse verschlossen werden. Auch bei einem seitlichen Ausgang muss der kleine Spalt zwischen Außenplatte und ISO-Haube abgedichtet werden. Die Nachheizfläche kann sowohl links wie auch rechts vom Ofenkörper stehen. Sollte alternativ zu den Modulspeichersteinen ein handwerklich gefertigter Schamottspeicher aufgebaut sein, muss die Außenplatte entsprechend aufgeschnitten werden. Die Platte für den Deckel oben sollte mit dem Universalmörtel und den beiliegenden Schamotte-Federn verbunden werden. Wenn nicht geschehen, die Spannbleche noch montieren. Auch hier muss spätestens jetzt der Ausschnitt an der ISO-Haube durchgeführt werden. Wenn der Grundofen mit einer Steuereinheit wie der EOS betrieben wird, muss der Thermofühler eingesetzt werden. An dieser Halterung ist die äußere Mutter quasi als Bohrschablone vormontiert. Mit einem längeren 8mm Bohrer wird durch die ISO-Haube, sodass der Thermofühler an der richtigen Stelle sitzen wird, gebohrt. Die Schablone hat ihren Dienst getan. Jetzt kann der Thermofühler eingeschraubt werden. Hier sitzt er an der richtigen Stelle. Der Thermofühler lässt sich, wenn hinter der Außenhülle zu wenig Platz ist, vorsichtig verbiegen, aber nur einmal. Hier sollte für eine Möglichkeit wie zum Beispiel einen Putzdeckel gesorgt werden, um auch Jahre später noch Zugang zu haben. Für die dazugehörige Luftklappe muss in jedem Fall eine bauliche Lösung, die den Stellmotor vor Temperaturen über 60 Grad schützt, gefunden werden. Am Ende können die Modulspeichersteine aufgebaut werden. Und so einfach und schnell geht das, wie mit Legosteinen. Im Prinzip können alle Grundofenbausätze von Brunner nach dieser Empfehlung aufgesetzt werden. Und hier noch Tipps für die Tunnelversion. Für den Aufbau eines Grundofens als Tunnelversion gelten im Prinzip die gleichen Empfehlungen wie für den klassischen Grundofen. Soll die Verbrennung manuell geregelt werden, muss entschieden sein, an welcher der beiden Türen der Bedienhebel verbleiben soll. Soll die Zuluft von außen kommen, wird der Aluminium-Flexschlauch an der Türe montiert, von der aus die Verbrennungsluft geregelt wird. Um die Verbrennungsluft in den gesamten Brennraum einleiten und dort verteilen zu können, wird mit dem im Lieferumfang beigelegten Flexschlauch eine Verbindung zwischen den Luftkanälen geschaffen. Vorher müssen noch die beiden Blinddeckel abgeschraubt werden. Über diesen zweiten Flexschlauch kann die Zuluft zum gegenüberliegenden Türrahmen geführt werden. Dort muss der Lufteinlass mit einem Blinddeckel, erst im Lieferumfang enthalten, verschlossen werden. Im nächsten Schritt muss eben auf dieser Seite die komplette Bedieneinheit entfernt werden. Und auch die Luftschieberplatte. Dazu ist es notwendig, den Deckel abzunehmen. Jetzt muss der Stift, mit dem die Luftschieberplatte bewegt werden kann, herausgedreht werden. Der Bedienhebel lässt sich als Einheit herausnehmen, nachdem der Deckel abgeschraubt worden ist. Das dadurch entstehende Loch sollte mit einer 8er Schraube verschlossen werden. Und jetzt wieder mit dem Deckel verschließen. Die Luftschieberplatte wird durch zwei Schrauben an diesen beiden Punkten auf Führung gehalten. Statt sie ein für allemal zu arretieren, was eine Möglichkeit ist, empfiehlt es sich, die Luftschieberplatte komplett zu entfernen. Den Deckel bitte nicht vergessen. Die Positionierung der Umlenkplatte richtet sich nach der jeweiligen Lage der Ausbrandöffnungen. Das Feuer muss immer auf den langen Weg gezwungen werden. Die Ausbrandöffnungen können sowohl seitlich wie auch oben platziert sein. Wird der Tunnel mit einer Regeleinheit wie der EAS betrieben, so muss der Thermofühler in Beziehung zur Umlenkplatte auch an der richtigen Stelle angebracht werden. Liegen Ausbrandöffnung und Umlenkplatte, wie hier gezeigt, so muss der Thermofühler auf der anderen Seite, also immer auf der zum Feuerraum offenen Seite, eingesetzt werden. Und am Schluss wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Aufbau eines Brunner Grundofens.